Jutschi, Leute! Willkommen zu meinem Let's Play Suburbanes of the Jedi. Ich bin Poi Sadie. Und ich bin immer noch tierisch... Ja, noch tierisch geschockt von diesem furchtbaren... ...Falkenpaar. Das war... Das... Das hätte verboten werden müssen. Das... Einfach, weil es so scheiße war. Was haben sich die Wacker nur dabei gedacht? Schaut mal, hier sind die Lever echt wieder wunderschön detailsreich. Aber da geht's so viel zum Thema Geheimgang. Moment mal, damit es nicht so... Ich benutze mir halt den Kehrschläger-Effekt aus und... Schockt! Schockt! Ah, nö! Boah, man! Ja, wir haben bald Ostern! Ich weiß, warum muss ihr das so dermaßen ausleben? Wir haben bald Ostern, Bitches! Bitches! Okay, Image-U ist hier besser. Ja, du kannst hochspringen! Hier kommt immer diese komische Miene hinterher, obwohl ich nicht weiß, wie sie das auch macht. Und so, weil das ist einfach blödsinnig. So hier hat man echt keine einzige Ruhe. Ich schieße da zwar jetzt hin, aber ich treffe das Ding zwar, aber who cares that shit? Es muss aber natürlich von oben genommen werden. Warten wir einen Moment. Ja, nur mal zu eurer Information, Leute. Ich bin hier oben, aber... Man soll sich echt nicht mit einem Wookie anlegen. Gar nicht, wenn er Spinning-Move einsetzt. Ja, seht ihr? Ich schieße eigentlich da hin, aber ich nehme keinen Schaden. Okay, machen wir jetzt halt so. Ah ja, die Dinger da, die ausseimmimmige Drüsen, die machen Schaden. Ich denke, hier gibt es ja auch einen Gegner, Boss-Gegner. Fick dich ins... Boah! Vorsicht, ich glaube, da geht's runter. Hallo, Leute! Na, habt ihr mich schon vermisst? Oh-oh. Oh-oh. Ich mag kein... Boah, solche Ostereier mag ich nicht. Oder? Oh ja, hier... Oh ja, her damit! Irgendwas sagt mir, es ist keine Brille, die nach unten zu gehen. Hier schießen wir alles, was sehr verdächtig aussieht. Weil ein gerössener Wookie stinkt genauso wie ein nasser Wookie. Hm? Wissenschaftlich erwiesen. Erwiesen. Äh, ich hoffe, es ist jetzt nicht die Stelle, wo Joey mal bitte... ...was so fucking... ...arschig ist und meint... Nö, ich hab keine Lust. Oh. Na, enke ich. Äh, hallo, ich hab dich kaputt gemacht. Würdest du mal bitte auch kaputt bleiben? Aha. Äh, wie soll ich denn da durchkommen? Ja. Naja. Ach du Schande. Oh nein. Ich glaube, es war keine gute Idee, Joey zu nehmen. Ich hab hier eine ganz böse, üble Erinnerung. Ja, wer bitte schmeißt bitte hier diese verdammten, laufenden, rollenden Minen? Sind wir hier bei Half-Life 2? Ja. Ich bin ja das, was heute gehen soll. Also da ist hier Joey sehr gut, aber... ...ich glaube, um da rum hinzukommen, brauch ich... ...oh. ...ich dachte schon, das wäre ein Fehler. Ich dachte... ...ich dachte... ...ich dachte... ...ich dachte... Aber die schieten ja auch. Wuppe! Oh Gott, nein! Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab ein Problem, Leute. Das Ding macht mir Angst. Oh Scheiße. Das Ding macht mir Angst, wirklich. Das hat mir Angst gemacht. Oh nein. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich hab irgendwie Schiss vor übergroßen Sachen. Also, ich weiß nicht. Das wär jetzt doof. Das wär jetzt ziemlich doof, wenn ich da jetzt Schiss... Ich darf steh'n, Schuie. Ich darf steh'n, Schuie. Äh, ja. Oh Mann. Äh, ist das euer Ernst? Das... Wieso? Warum? Ist das... Wieso? Ja, ich weiß das nicht. Oh, ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie ist das Ding so gruselig. Ist das euer Ernst? Ich muss da wirklich... Oh Mann, bitte nicht. Das ist so unheimlich. Weg hier. Oh, nein. Noch mehr von dieser Sorte. Warum? Warum? Boah, was ist das? Was? Boah, das ist so eklig. Gleicht das nicht, dass ich hier über irgendeinem Abgrund schwebe? Gleicht das denn nicht? Boah, das ist zwar durchs Frühstuhl geflogen, aber... Ja, ich weiß nicht, ob ich muss... Oh, nein. Oh. Oh. Oh Mann, Leute. Das macht mir Angst. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Oh. Das ist so eklig. Oh. Wie viele gibt's denn noch hier? Oh. Ich will hier weg. Da soll ich lang? Nein, ich schau mir da hin. Ich will nicht da hin. Nein, das ist böse. Das ist übergroß. Warum? Man kann's auch übertreiben. Vielleicht habe ich bei auch übergroßen Ventilatoren. Die machen mir Angst. Ja, ich weiß nicht, ob ich da oben muss. Was soll ich denn machen? Das blöde Ding ist nicht da. Das blöde Ding ist nicht da. Ich will hier weg. Das macht mir Angst. Das ist... Oh. 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 Halt doch die Klampe, du blöder Fall. Oh, komm. Das blöde Ding geht's nicht. Ich will das nicht nochmal machen. Das lässt. Ich will hier weiterkommen. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Du blöde Plattform. Ich hasse dich. Oh. Mann. Warum kannst du nicht richtig springen, Chewie? Ja, ich gebe dir jetzt die Schuld, dass du hier das durchmachen musst, weil du nicht richtig springen willst. Das ist so eine Art Turbine, nicht? Warum sind so viele Turbinen und es sind auch Übergröße? Weißt du, sind wir auch nicht, dass es Stromverschwendung ist? Oh, Menno. So, ich riskiere, dass ich vielleicht da draufstehen kann. Ich meine, ich konnte da da irgendwie so draufstehen. Versuch ich's mal. Ja, ich kann draufstehen. Oh, aber... Was mache ich, wenn der dumme Affe nicht richtig da rauf will? Oh, Menno. Ich hasse dich, Chewie. Wie kannst du mir sowas antun? Ja, ich hätte es vielleicht schaffen können. Ja, toll, aber er kann halt so diese Attacke, wisst ihr? Und damit komme ich auch gut weiter, aber... Okay, ich hätte es schaffen können. Ganz ruhig. Es ist nur ein Spiel. Nur ein... Ach, bitte, weg hier. Ich will hier weg. Was seid ihr denn? Ist mir egal. Hau ab! Ja. Wo soll ich jetzt hin? Das Ding ist doch nach oben gegangen. Aha. Ja, toll. Was soll ich hier machen? Ja. Was seid ihr für Typen, die... Ich kenne hier gar nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht, Chewie. Ach so. Ja, stimmt ja. So war das ja. So war das gewesen. Nimm mal den blöden... Oh, komm, Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich erinnere mich. Ich hab schon... Boah. Bläsermähe, mein Arsch. Was ich hier mache... Ja. Ich will ein bisschen wieder bei... Ja, toll. Der schubst die einfach... Der schubst ein... Wookie. Gute Idee. Ja. Geh rein, Chewie. Ich meine, ist vielleicht keine schlechte Idee. Geh rein, Chewie. Okay, und dann hab ich ja wieder ein Leben. Ein Extra-Leben und... Leute, ich töte euch nicht. Huch. Wo kommt ihr denn her? Ja, toll. Ja, ja, es tut mir leid, Chewie. Ich hab... Ich weiß auch nicht, wieso... Ich weiß nicht, wieso, Leute, aber ich hatte tatsächlich über diesen Generatoren, also Turbinen oder was das ist. Ich glaube, das sind ja Turbinen. Da hab ich aus irgendeinem Grund ein kaltes Grausen gespürt. Keine Ahnung, ob ich da irgendwie eine Phobie habe oder sowas. Ja, toll, Leute, ihr wollt den Pornodrehen, aber warum stöhnt ihr so? Ich weiß, den Witz bringe ich ziemlich häufig, aber hört euch mal das an. Ander... Ach so, hätt ich's auch machen können. Stimmt, hab ich früher auch gemacht. Äh, ja. Kannst du mal schön, finde ich. Hahaha. Oh je, gegen wen kämpfe ich denn hier eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube, das war der Reaktor? Oh nein. Bitte nicht. Ja, stülpt man Rhythmus, Leute, okay? Das ist immer angesagt. Synchronstöhne. Das ist eine neue Diskussion bei den Olympischen Spielen. Für alle, die nur Fettensport betreiben. Matratzensport. Toll, die vorfeiner von Himmel. Toll, wo steckt das Wetterrad? Ja, wieso zur Hölle sammeln? Kann er das dumme Ding hier nicht einsammeln? Hä? Ich soll er nach unten. Ist das euer Ernst? Oh nö. Sag bloß, da kommt schon wieder so eine Turbine. Das Spiel hasst mich. Die Programmierer müssen mich hassen. Sie müssen mich ein... Hä? Komm denn her. Ja, ich weiß, dass sie da unten muss. Aber ich kann mich einfach irgendwo hinspringen, zu eurer Information. Boah, die Turbinen. Okay, langsam habe ich mich beruhigt. Aber trotzdem. Trotzdem, Leute. Ihr müsst mir zugeben. Die Dinger sind unheimlich aus. Noch unheimlicher als Slenderman. Oh, Mann. Äh. Äh, ja. Ich will auch was... Nö. Mann, wie viele Dinger gibt es denn hier noch? Wollt ihr mich wirklich in den Wahnsinn treiben? Oh nein, das ist doch nicht euer Ernst. Da oben müsst ihr jetzt auch noch rein müssen. Ich gucke die scheußlich über großen Turbinen. Schieß, Jui, schieß. Töte alles, was sich bewegt. Soll man bitte zu diesen ganzen Absagen hinkommen? Soll man in den Tod stürzen? Warum? Wozu sind diese Dinger da? Das ist unnötiger Stromverbrauch. Warum? Oh nein, da oben geht es doch noch weiter. Oh Mann, Leute. Oh. Schieß, Jui. Mach es doch uns, bevor es sich zweiteilt und sich so vermehren tut. Also, äh, das Ding ist ziemlich geräumig. Ist das euch mal aufgefallen? Kommt ihr näher. Ja, hier macht ihr den Trick mit Herzen einsammeln. Ich glaube es nicht. Da ist ja schon wieder so ein komisches Ding. Oh je. Aber bevor ich den Bossgegner mache, dann werde ich ihn safe setzen. Ich habe auch noch keine N2-D2-Einheit gesehen. Das darf doch nicht wahr sein. Das heißt, wenn ich tot bin, dann darf ich nochmal hier durch. Nein. Ich könnte ein safe set setzen, Leute. Weil das so ein Albtraum ist. Ich weiß nicht. Ich kriege das Schüttner, wenn ich wieder ran und denke, dass ich da noch wieder lang muss. Das ist ja auch so eine Stelle. Ist zwar keine Turbine, aber dafür ein Riesenventilator. Oh, was soll ich gar nicht quälen? Jetzt. Was? Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein. Ich erinnere mich. Oh nein. Auch das noch. Oh, was für ein mega fetter Leser. Man kann es auch übertreiben. Oh Leute, wir sehen uns in der nächsten Part. Das hier war doch nicht. Uah, gruselig. Mann, komm, uah, ich will ja nicht nochmal lang gehen. Das ist so ekelig.